Hier ist der Hausrotschwanz und hier ist der Amsel. Wir haben den 2. Juni, den 2.6.2022 und hier ist ein Schwalbe. Und hier ist noch ein Bein. Sehen wir es? Vielleicht kommt der Hausrotschwanz gerade oben. Jetzt habe ich ihn hier unterhalb des Balkons fliegen. Es kann sein, dass er nachher näher kommt. Jetzt ist er nach der Schwalbe gekommen. Jetzt ist er nach der Schwalbe gekommen. Jetzt sind wir noch dort oben. Aber ich sehe sie nicht. Ah doch, jetzt ist er nach Schwalbe. Jetzt müssen wir noch dort. Ach krank. Ich bin am Bein vermessen. Jetzt haben wir hier noch. Es müsste zweimal der Hausrotschwanz sein. Ich bin am K sürigen. Wie sind wir jetzt? Ich bin am K sürigen. Ich bin am Kürgen. Ich bin gemmeldet. Ich bin am Kürgen.